Unser Planet ist der beste Ort im ganzen Universum. Warum fliegen Sie dann ins All? Gute Frage. Die Mutter dachte nach. Wahrscheinlich suchen Sie nach anderen Planeten, auf denen man leben kann. Und wozu? fragte Tim. Plötzlich raschelte jemand vor der Küchentür. Wer kann das denn sein? Die Mutter war überrascht. Und wie ist es in unsere Küche gekommen? fragte Mia. Dann betrachtete Mia das Bild im Buch und versuchte zu erraten. Vielleicht ist der Tiger aus dem Dschungel zu uns gekommen. Er sucht einen... Gestern hatte Ben eine große, reife Mandarine gegessen und zwei Kerne davon aufgehoben. Der Junge pflanzte sie in einen Blumentopf und goss sie. Ben wollte unbedingt, dass diese kleinen Kerne zu sprossen werden. Seine Eltern hatten ihm kürzlich ein großes Buch mit bunten Bildern über das... Ich habe ihnatus... Das war das Jahr im global alt Kast кров two. Damit da die Gerne.